Einen wunderschönen guten Morgen an diesem in Österreich weitgehend sonnigen Maitag. Willkommen zur Social Media A-Vorlesung, bereits der siebte Termin. Wir überschreiten damit die Halbzeit der Vorlesung und wir haben uns in der letzten Woche über das Thema Social Media Advertising unterhalten. Ich habe Ihnen die grundlegenden Eigenschaften oder besser gesagt die Besonderheiten von Social Media dargestellt im Vergleich zu klassischen, analogen, aber auch alternativen digitalen Werbeformen wie der typischen Bannerwerbung. Und die Hauptaspekte oder die Hauptlearnings sind zum einen die Daten, die gesammelt werden in der Social Media Nutzung, beginnend mit der Registrierung, mit dem Anlegen des Profils und dann in weiterer Folge durch die verschiedenen Aktionen, die Sie setzen, durch die Likes, durch die Kommentare, durch die Inhalte, auf die Sie reagieren. Da entsteht eben ein ziemlich detailliertes Präferenzprofil, beziehungsweise dieses Profil ist umso detaillierter, je intensiver Sie Social Media nutzen. Und diese Daten sind natürlich ausgesprochen attraktiv für Werbetreibende. Man könnte also sagen, das Kern-Business-Modell dieser Plattformen besteht im Wesentlichen darin, dass Sie Daten der Nutzerinnen sammeln und diese Daten werbetreibend zur Verfügung stellen mit dem Ziel, dass diese eben möglichst die richtige Zielgruppe erreichen. Sie wissen ja, Informationsvorsprung ist sehr viel Geld wert in ganz unterschiedlichen Kontexten. Informationsvorsprung kann auch zur Manipulation benutzt werden, wenn Sie an den, glaube ich, ersten großen Facebook-Skandal denken, an Cambridge Analytica. Damals ging es ja darum, dass ein britisches Unternehmen, das im Wesentlichen Wahlkampf, digitale Wahlkampfdienstleistungen anbot, eine Fake-Up, beziehungsweise eine relativ simple, ich glaube, es war so eine Art Psychotest-Up veröffentlicht hat und der Punkt an der Sache war eben, wenn man an diesem Spiel, an diesem Quiz teilnahm, dann bekamen die Anbieter der Up, das war eben Cambridge Analytica, Zugriff nicht nur auf die eigenen persönlichen Daten, sondern auch recht viel Zugriffe auf diverse Facebook-Daten der eigenen Freunde. Und zu dieser Zeit war die Facebook-API auch noch weit weniger gut abgesichert. Und ganz konkret in diesem Fall ging es eben darum, dass Cambridge Analytica diese gesammelten Daten verwendet hat, um gezielt Wahlkampfwerbung auszuspielen. Wahlkämpfe, Analoge wie auch Digitale, haben sehr, sehr viele Aspekte. Sie wissen wahrscheinlich aus der Medienwirkungsforschung, dass man eher mit, durch die Mediennutzung jetzt nicht eine direkte Einstellungsänderung erzielt, aber denken Sie beispielsweise an anderweitige Effekte, zum Beispiel Wähler, die grundsätzlich eine bestimmte Partei wählen würden, aber aus welchen Gründen auch immer nicht zur Wahlurne gehen. Die kann man teilweise mit Social-Media-Kampagnen recht gut erreichen und aktivieren und da sind solche Daten natürlich sehr wertvoll. Problem dabei und ganz konkret an diesem Cambridge Analytica-Skandal war natürlich, dass all dies ohne das Wissen der Nutzerinnen und Nutzer passierte. Nicht zuletzt aufgrund der Wichtigkeit dieser Datennutzung im Social-Media-Bereich entstand die DSGVO, über die wir in der Vorlesung auch schon gesprochen haben, ein europaweites juristisches Regelwerk, das den Umgang mit Daten auf eine vergleichsweise strikte Art regelt. Nichtsdestotrotz, gerade im politischen Bereich sehr sensibel, besteht dieses Business-Modell. Der Punkt, oder was die DSGVO vor allem daran versucht hat zu ändern, ist eben der, dass wir als Nutzerinnen, als Nutzer jederzeit darüber informiert sein sollten, wer welche Daten über uns speichert und an wen weitergibt. Das ändert aber, wie gesagt, nichts am grundlegenden Business-Modell dieser Plattformen. Und daher resultiert auch der Spruch oder das immer wieder gern verwendete Zitat, wenn das Produkt gratis ist, bist du das Produkt. Also sprich, Social-Media-Plattformen, abgesehen von wenigen Ausnahmen oder Premium-Services, sind ja im Wesentlichen kostenlos für die Nutzung. Wenn Sie jetzt bedenken, ein YouTube-Account oder genauso Facebook oder alle Social-Media-Accounts, wo Sie beispielsweise nicht nur Bilder, sondern auch Videos hochladen, da entsteht schnell recht drastischer Speicherbedarf. Diese Daten müssen bereitgehalten werden, zum Abruf bereitgestellt. Da steht viel Infrastruktur dahinter, ein mächtiger technischer Aufwand. Facebook und Konzerne wie Google gehören wohl neben den großen, ich glaube, die sind mittlerweile, was die monatliche Stromrechnung betrifft, deutlich vor den großen klassischen Industriebetrieben. Das heißt, es ist eine Infrastruktur, die teuer ist und ja auch bezahlt werden muss. Wie funktioniert diese Refinanzierung? Und der wichtigste Einkommensstream ist eben dieses Zugänglichmachen, könnte man sagen, der User-Basis für Werbetreibende. Wenn Sie jetzt als Werbetreibender Social-Media-Kampagnen schalten, und das gilt für Facebook, Instagram, LinkedIn, genauso wie für YouTube, dann bekommen Sie von diesen Plattformen keine Liste, kein Excel-Sheet mit den einzelnen Namen oder den identifizierbaren Accounts, sondern Sie targeten immer bestimmte Zielgruppen. Es gibt dafür auch tatsächlich eine Untergrenze, wenn Sie in einem relativ kleinen Land wie Österreich oder nur einem Teil davon, können Sie ja auch lokal sehr genau targeten in Facebook, wenn Sie jetzt sagen, ich möchte, keine Ahnung, Publizistik-Institut Wien und 25 Kilometer Umkreis und dann noch weitere spezifische Kriterien angeben, dann könnten Sie schnell auf eine sehr, sehr kleine Personengruppe kommen. Damit Sie auf Facebook und auf LinkedIn Werbung schalten können, müssen Sie eine Mindestgröße sozusagen einhalten. Auf LinkedIn sind das 300 Personen pro Kampagne. Ich glaube, auf Facebook sind es 200 oder auch 300. Das soll letztendlich Werbetreibende auch davon abhalten, Personen fast auf einer Einzelebene zu erreichen. Eine große Rolle dabei spielt die Datenqualität. Wie gesagt, bei Facebook entstehen diese, man nennt es auch Shadow-Profiles, also diese Datenprofile, über die Sie selber an sich nicht unbedingt Bescheid wissen. Wie beim letzten Mal erwähnt, Sie liken irgendwann mal eine Seite oder reagieren auf ein bestimmtes Status-Update, wo es um das Thema XY geht und Facebook wird Ihnen dann sehr lange Interesse an diesem Thema zuordnen. Also sprich, wenn Sie irgendwann mal, weil eine Freundin von Ihnen bei einem Unternehmen gearbeitet hat, das Schweißgeräte herstellt, wenn Sie, um ihr was Nettes zu tun, diese Herstellerseite mal geliked haben, dann wird Facebook im Wesentlichen für immer glauben, dass Sie Interesse an Schweißgeräten haben. Und das kann sich dann natürlich auch im Targeting widerspiegeln. Die Daten, die da verwendet werden, sind je nach Plattform unterschiedlich. Ich habe beim letzten Mal auch erwähnt, wir haben auf LinkedIn teurere Werbung, die Datenqualität ist aber höher, weil es hier weniger um automatisch zugeordnete Adressen, sondern mehr um Daten, die die Nutzer selber eingeben geht. Und da LinkedIn ja zugleich als Lebenslauf verwendet wird, ist da die Datenqualität normalerweise auch sehr hoch. Zweite Besonderheit neben diesem speziellen Targeting bei der Social Media Werbung ist eben die Preisgestaltung. In der klassischen Werbung bezahlen Sie für Quote, Auflage, Reichweite in Kombination mit, wenn es zum Fernseh- oder Radiospots geht, der Länge der Spots, beziehungsweise in der Printwerbung oder in der klassischen Bannerwerbung für die Größe des Banners. Also eine ganzseitige Anzeige kostet logischerweise mehr als eine Viertelseite. Und die Reichweite, die wird eben erhoben, je nachdem mit unterschiedlichen Methoden. Im digitalen Bereich haben wir natürlich potenziell die Möglichkeit, sehr, sehr genau auszuwerten. Wenn Sie eine Zeitung drucken, dann gibt es mehrere Parameter. Die wichtigsten sind die gedruckte und die verbreitete Auflage. Die verbreitete Auflage sollte im Normalfall höher sein als die gedruckte. Aber das sind sozusagen einigermaßen genaue Annahmen. Im digitalen Bereich kann man ja potenziell wirklich jeden einzelnen Aufruf, jedes Status-Updates genau tracken. Das Verkaufsmodell allerdings, und das ist eine zweite Besonderheit von sozialen Medien, beruht auf Angebot und Nachfrage. Das kann man natürlich sagen, das ist grundsätzlich auf allen Märkten so und war auf allen Werbemärkten schon immer so. Wenn Sie ein bestimmtes Medium produzieren, ganz egal in welchem Format, dann werden Sie sich mit Ihren Werbepreisen an den marktüblichen Preisen orientieren müssen. Sie werden dann versuchen, und das tun ja auch viele Medien, ihr Publikum als möglichst zahlungskräftig und interessant für Werbekunden darzustellen und versuchen, möglichst hohe Preise zu erreichen. Aber Sie können nicht zehnmal so viel verlangen wie alle anderen. Da wird niemand bei Ihnen Werbung schalten. So Angebot und Nachfrage. Aber das sind relativ langfristige Zyklen. Im Social-Media-Bereich gibt es, wenn Sie so wollen, keine fixen Preislisten für bestimmte Werbeformate, sondern der Preis der Anzeigen, die Sie als Werbekunde schalten, richtet sich danach, wie viele andere Personen gerade dieselbe Zielgruppe erreichen möchten und wie viel die bereit sind, dafür zu bezahlen. Simpel gesagt, wenn Sie der einzige Werbetreibende wären, der auf Social-Media-Kampagnen schaltet, dann könnten Sie mit dem Minimalpreis, das ist technisch gesehen, einen Cent pro Klick arbeiten. Ihre Werbung würde ausgespielt werden. Natürlich ist das in der Praxis nicht so, sondern es gibt ein breites Umfeld von vielen unterschiedlichen Werbetreibenden und diese Zielgruppen überschneiden sich natürlich. Der Platz, wo zwar grundsätzlich ist anders als auf einer Zeitungsseite, wo der Platz hier wirklich physisch begrenzt ist, der Platz im Newsfeed nicht wirklich begrenzt, aber natürlich müssen diese, auch aus Eigeninteresse, um die Nutzer auf den Plattformen zu halten, müssen diese Netzwerke die Menge an Werbung begrenzen. Rein simpel ökonomisch gedacht, je mehr Werbung die schalten, desto mehr Einkommen können sie erzielen. Wenn Sie aber durch Ihren Facebook-Newsfeed scrollen und Sie sehen von 10 Beiträgen vielleicht ein Status-Update eines Freundes oder einer Freundin und der Rest sind bezahlte Anzeigen, dann werden Sie ziemlich schnell aufhören, Facebook zu nutzen. Das ist übrigens auch ein Thema, das diese Plattformen natürlich auch aus Eigeninteresse immer sehr intensiv beforschen, wie viel Werbung akzeptieren die Nutzerinnen. Nur momentan scheint da der Status der Dinge so zu sein, das wohl ist etwas unterschiedlich pro Plattform, aber dass bei den klassischen Newsfeed so im Wesentlichen zwei von 12 bis 14 Beiträgen bezahlte Werbung sind. Das heißt, der Platz ist begrenzt und wenn die Nachfrage größer ist als das vorhandene Platzangebot, dann müssen Sie eben Ihr Gebot erhöhen, damit Ihre Werbung geschalten wird. Angebot und Nachfrage funktioniert hier wirklich sehr in Echtzeit, genauso wie man es auch von Google Ads kennt. Das bedingt natürlich auch saisonale Schwankungen und alles, was damit einhergeht. Und das bedeutet auch, dass Sie je nachdem, wie Sie jetzt Ihre Kampagnen-Targeting-Einstellungen vornehmen, je nachdem, welche Zielgruppe Sie erreichen, Ihre Werbung sehr, sehr unterschiedliche Kosten verursachen kann. Ein kleines Beispiel dazu aus der Praxis. Sie wissen ja mittlerweile, ich bin in meiner beruflichen Arbeit eher im LinkedIn-Admanager als auf Facebook unterwegs, habe aber auch viele Facebook-Kampagnen geschalten. Aber auf LinkedIn sieht man das besonders deutlich. Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten als Achtsamkeitstrainerin und verkaufen Workshops an Unternehmen, wo die Mitarbeiter eben grundsätzlich Prinzipien der Achtsamkeit, der Lernen, Übungen machen usw. und kenne Sie so ein typischer Achtsamkeits-Workshop eben. Und Sie überlegen sich jetzt, wen könnte das interessieren in Unternehmen. Sie stellen sich vor, Ihre Zielgruppe, das könnten so, werden wahrscheinlich ganz kleine Unternehmen eher nicht machen. Das könnten so Unternehmen mit ab, sage ich mal, 100 Mitarbeitern sein. Und Sie planen eine Werbekampagne und müssen sich dann fragen, wem zeige ich diese Werbung an. Natürlich das breiteste Targeting wäre sozusagen, allen Unternehmen in Österreich. Das ist aber im Normalfall zu teuer. Also werden Sie aussortieren und sich überlegen, wer in diesen Unternehmen kümmert sich denn um dieses Thema. Es ist gerade auf LinkedIn so, dass viele Werbetreibende sich nicht sehr intensiv mit dem Thema, wer sind eigentlich meine Entscheider, auseinandersetzen. Und das naheliegendste ist natürlich, dann zeige ich meine Werbung eben den Geschäftsführern, den Managern, den CEOs an. Was passiert in der Praxis auch sehr häufig und die sind eine der meist beworbenen Gruppen. Der Ansatz ist in mehrfacher Hinsicht natürlich suboptimal. Bei sehr vielen Themen entscheiden natürlich nicht die Geschäftsführer selber. Je nach Unternehmensgröße könnte so ein Achtsamkeitsworkshop beispielsweise ein Thema für die Personalentwicklungsabteilung sein. Das heißt, wenn Sie Ihre Werbung an Geschäftsführer anzeigen lassen, dann wird die Ausspielung beziehungsweise auch die Klicks werden wesentlich teurer sein, weil sehr viele andere Werbekunden ebenfalls diese Zielgruppe erreichen. Wenn Sie wesentlich spezifischer vorgehen und sagen, ich nehme nur größere Unternehmen, wo es in der Personalabteilung jemanden gibt, der für die Mitarbeiterinnen Fortbildung zuständig ist, können Sie möglicherweise einen günstigeren Preis erzielen. Das heißt, an wen Sie Ihre Werbung ausspielen, da gibt es einen gewissen, ich sage mal, Variationsspielraum. Und der dritte Punkt neben dieser datenbasierten Ausspielung, neben diesem sehr echtzeitorientierten Marktplatzprinzip, ist eben auch, dass Social Media Werbung in den meisten Fällen zu einem hohen Grad als Native Advertising ausgespielt wird. Das hat mit dem Smartphone zu tun. Native Advertising bedeutet, die Werbung hat grundsätzlich mal dasselbe, dieselbe formale Gestaltung, dasselbe Aussehen, dasselbe Format wie die redaktionellen Inhalte. Nun gibt es im Social Media News Feed ja keine klassischen redaktionellen Inhalte, sondern eben in dem Fall UGC, User Generated Content. Aber ein Status Update sieht genauso aus, wie irgendeinen Beitrag, das ein Unternehmen oder ein Kontakt von Ihnen postet, nur mit dem Unterschied, aufgrund gesetzlicher Vorgaben gekennzeichnet das Anzeige. Das hat in der Frühzeit von Social Media, die ja einherging mit der starken Verbreitung von Smartphones, natürlich auch ein großes Problem gelöst, weil sie am Smartphone Bildschirm einfach nicht den Platz haben, so wie es früher am Desktop üblich war, eben neben dem eigentlichen Inhalt klassische Banner anzuzeigen. Ein kurzer Nachtrag an dieser Stelle noch zum letzten Mal, aber vorher ein Blick in den Chat. Wird die freiwillige Übungsaufgabe noch bewertet auf Moodle oder ist die korrekte Abgabe allein schon Punkte wert? Ja, die korrekte Abgabe, wenn die Aufgabe die formalen Kriterien erfüllt, dann bekommen Sie die Punkte dafür. Die wird nicht extra bewertet. Gastvortrag wird stattfinden, voraussichtlich in drei Wochen oder in vier Wochen. Da sage ich Ihnen nächste Woche aber noch Bescheid. Und zur Übungsaufgabe noch eine Anmerkung. Ich werde dann entweder heute am Nachmittag oder morgen Vormittag die zweite Übungsaufgabe auch in Moodle online stellen. Sehr wichtige und passende Anmerkung von Nastasja A. Wenn man direkt nur Nutzer erreichen könnte, die direkt interessiert sind, könnte man viel unnötige Reichweite und Kosten sparen. Und das ist tatsächlich genau einer der zentralen Punkte an Social Media Werbung. Sie wollen ja grundsätzlich, wenn Sie Kampagnen planen, sei es analog oder digital, möglichst wenig Steuerverlust haben. Wenn Sie Katzenfutter verkaufen, wird es wenig Sinn machen, Ihre Werbung Personen anzuzeigen, die selber keine Katzenhalterinnen sind. Möglicherweise gibt es einen kleinen Spillover-Effekt, dass jemand ihre Werbung sieht und dann seiner Schwester empfiehlt. Aber das ist im Normalfall nicht das, worauf man abzielt, sondern man möchte irgendwie Leute erreichen, die tatsächlich Katzen halten. Das lässt sich dann noch sehr viel weiter segmentieren. Tierfutter ist da ein ganz gutes Beispiel. Je nach Einkommen, je nach Präferenzen usw. gibt es ja unterschiedliche Angebote, qualitativ preislich. Das heißt, wenn Ihr Futter besonders gesund, frei von chemischen Zusätzen usw. ist und dementsprechend auch teurer als industriell gefertigte Produkte, dann wird es in Ihrem Interesse sein, nicht nur Katzenbesitzerinnen zu erreichen, sondern idealerweise eben Katzenbesitzerinnen, die durchaus bereit sind, mehr Geld als durchschnittlich fürs Futter auszugeben. Da kommen dann solche Fragen rein, wie Lifestyle-Personen, dass das weiß, da gibt es natürlich sehr viel Forschung und Tiefforschung usw. darüber. Das heißt, sie treffen bestimmte Hypothesen. Jetzt könnte man sagen, Personen, die selbst recht viel Wert auf Gesundheit und Ernährung legen, die werden das wahrscheinlich auch bei ihren Haustieren tun, nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen macht es beispielsweise Sinn, meine Werbung an Katzenfans und ernährungsinteressierte oder ernährungsbewusste Personen auszuspielen, um eben anhand dieser Targeting-Kriterien genau das zu erreichen, was Sie hier schreiben im Chat, um möglichst interessierten Nutzer zu erreichen. Wenn Sie eine solche Kampagne planen, dann ist das immer eine Hypothese und Sie werden die Kampagne dann schalten und sich anschauen, wie gut das funktioniert hat. Wie interessiert die Nutzerinnen, die dann ihre Werbung angezeigt bekommen, tatsächlich waren, das wirft Ihnen Social Media durch die integrierte Kampagnenauswertung ja recht brutal, könnte man sagen, ins Gesicht, anhand solcher Parameter wie der Klickrate. Stellen Sie sich vor, Sie schalten Ihre Werbeanzeige und Facebook zeigt die 10.000 Personen an und eine davon klickt darauf. Das entspräche, bei 10.000 sind 101%, das heißt, wenn eine Person darauf klickt, dann entspricht das 0,01% Klickrate. Nur zur Orientierung, die durchschnittliche Klickrate bei Werbekampagnen auf Facebook liegt aktuell bei 0,1 bis 0,12% je nach Land. Das heißt, das wäre dann sehr schlecht und dann müssen Sie sich fragen, habe ich die falsche Zielgruppe ausgewählt oder hat vielleicht die Zielgruppe gepasst, war mein Sychef falsch, ich will Katzenfutter verkaufen, vielleicht hätte ich doch kein Foto von einem Hund auf meine Werbeanzeige geben sollen, wie auch immer. Das heißt, da gibt es mehrere Einflussparameter, aber letztendlich zielt das natürlich sehr stark darauf ab, dass Sie dann auch nur dafür bezahlen und da sind Werbetreibende natürlich bereit, auch höhere Kosten pro Person in Kauf zu nehmen, dass Sie nur die Personen erreichen, bei denen ein Interesse und damit auch eine höhere Kaufwahrscheinlichkeit besteht. Profile Name 00 möchte wissen, gibt es insgesamt drei Übungsaufgaben. Es gibt insgesamt und insgesamt bezogen auf Summe A und B vier Übungsaufgaben, das heißt zwei, die Sie bei Ani Walter optional absolvieren können und zwei hier in meinem Vorlesungsteil. Und wie am Anfang erwähnt, das sind 2,5 Punkte maximal pro Übungsaufgabe, diese ungerade Zahl rührt, daher, dass es so eine Vorlesung handelt und die Übungsaufgaben freiwillig sind, maximal eine Note, dass Sie sich verbessern können. Das bedeutet, zehn Punkte entsprechen einem Notengrad. Also vier Übungsaufgaben, vier mal 2,5 Punkte, fünf Punkte hier, fünf Punkte im B-Teil. Hinrich 1010 fragt oder schreibt, mein Gedanke war, dass Veganerinnen zur Zeit eine teure Zielgruppe sind, weil sie im Trend sind und potenziell Vorbilder für andere. Stimmt das? Kann ich 100% unterschreiben. Ich weiß, ich weiß jetzt das gerade über das Beispiel gesprochen habe, mit dem Tierfutter. Das sind immer so, wie Sie es aus der Sozialforschung kennen, so Hypothesen. Ich kann jetzt mal davon ausgehen, dass Personen, die sich vegan ernähren, vermutlich Tierwohl in besonders hohem Maß am Herzen liegen wird. Es gibt sicherlich den einen oder anderen Veganer, der das primär aus gesundheitlichen Gründen macht, aber sozusagen der Umgang mit Tieren spielt da häufig eine große Rolle. Noch dazu leben wir jetzt in einer Zeit, wo permanent Klimakrise, CO2-Produktion, Tierhaltung ein großes mediales Thema ist, Stichwort Verfügbarkeits-Huristiken, wo auch zunehmend mehr prominente Veganen Lifestyle promoten. Und das führt natürlich alles dazu, dass Veganismus, der behaupte ich mal, vor 20 Jahren noch eher ein Außenseiter-Phänomen wurde und wo Veganer als Körnlfresser oder Schlimmeres beschimpft wurden, weit mehr in der gesellschaftlichen Mitte angekommen. Es ist natürlich kein Mainstream und das trifft den zweiten Aspekt, den Sie ansprechen. In dieser Hinsicht sind Veganer in vielen Bereichen natürlich Influencer beziehungsweise Vorreiter oder auch Early Adopter, wie man sagt. Sie werden, wenn Sie aktuell in einen Supermarkt gehen, auch in den kleineren, im Kühlregal diverseste Milch-Fleisch-Ersatzprodukte finden. Das waren vor einigen Jahren fast noch ausschließlich ein, zwei Sojaprodukte. Inzwischen gibt es da eine recht breite Auswahl, ganz egal, was ich anschaue, ob das Milch ist. Da gibt es als Alternative zur Kuhmilch längst nicht mehr nur Sojermilch, sondern Mandeln, Kokos, Hafer, Reis, alles Mögliche. Und das sind Nischenprodukte, wenn Sie sich anschauen, wie viel Liter Kuhmilch werden in Österreich verkauft versus wie viel Liter Odley oder irgendeinem anderer Brand. Aber das sind ganz klar Trends. Und Sie haben natürlich Recht, in der Werbung möchte man am liebsten oder idealerweise auch Personen erreichen, die hohen meinungsbildenden Einfluss auf andere haben. Und da das bei Veganern tatsächlich sehr viele probieren, absolut richtig, ist eine recht teure Zielgruppe. Man kann bei Social Media Werbungen auch die Zielgruppe automatisch optimieren lassen. Stimmt das? Ja, ja, das also ich meine Bait-Ads nicht Influencer-Marketing. Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Methoden dazu. Neben dem, neben der Vorgehensweise, die ich Ihnen grob jetzt skizziert habe mit dem Target-Ding, ich werde nochmal auf den, da wollte ich Ihnen eh noch einen kurzen Nachtrag zeigen zum letzten Mal. Ich werde nochmal auf den Facebook-Ad-Manager hier umschalten. Die eine Sache, wie gesagt, ich habe Ihnen das letzte Mal schon gezeigt, es gibt diese unterschiedlichen Werbeziele und Sie erstellen da diese Kampagne. Und wenn wir das auf die, so, das sind nur die Grundeinstellungen, wenn wir das auf die klassische Weise machen, so, Budget und so weiter, es interessiert uns jetzt nicht, sondern geht es hier um die Zielgruppe. Das heißt, hier haben wir diese Grundeinstellungen bei mir voreingefüllt Österreich 18 bis 65, also sehr breit, mehr oder weniger ganz Facebook Österreich und dann würde man das eben detaillieren, indem man weitere Interessen dazu gibt. Es gibt hier aber auch und das zu Ihrer Frage, gespeicherte Zielgruppen, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, solche Zielgruppen zu speichern. Zum einen können Sie die selber erstellen und später wiederverwenden, zum anderen können Sie Zielgruppen aber auch erstellen, indem Sie ein Tracking-Pixel, oft auch als Facebook-Pixel oder LinkedIn-Pixel bezeichnet, in Ihre Homepage einbauen und Sie kennen das von Webseiten, wenn Sie die Webseite zum ersten Mal aufrufen, dann kommt dieser Cookie-Bar und da wird dann abgefragt, welche Arten von Cookies Sie erlauben möchten, statistische Marketing-Cookies und so weiter, diese Retargeting- oder Retracking-Pixel fallen unter Marketing-Cookies und für diese Nutzer, die dann auf OK klicken, meldet die Seite zurück, hallo, dieser Facebook-Besucher war gerade bei dir auf der Seite. Dadurch entsteht im Laufe der Zeit eine Liste, die muss wieder diese vorhin erwähnte Minimalgröße umfassen, Minimalmenge umfassen und Sie können dann diese Liste verwenden, um diesen Personen Retargeting-Werbung anzuzeigen. Warum heißt das Retargeting? Weil die ja schon mal auf ihrer Homepage waren. Das ist jetzt noch nicht das, worauf Ihre Frage abzielt, aber Sie können diese Liste dann auch in weiterer Folge verwenden, um zum Facebook Ad Manager oder LinkedIn oder welche Plattformen Sie mal verwenden sozusagen so zu konfigurieren, dass eine sogenannte Look-Alike Audience erstellt wird. Look-Alike also ähnlich. Das bedeutet, Sie haben eine Liste von Personen und Sie sagen jetzt dieser Plattform, sagen wir mal Ihre Liste hätte 500 Personen, suchen wir zusätzlich zu diesen 500 Personen 5000 Personen im selben Zielland, die diesen Personen möglichst ähnlich sind, aber ohne dass irgendwelche expliziten Kriterien eingeben. Das heißt, hier kommen Big-Data-Auswertungen zum Einsatz und Facebook in dem Fall würde dann analysieren, welche Eigenschaften besitzen diese 500 Personen. Der Algorithmus zu der Einsicht kommt, bei diesen 500 Personen sind überdurchschnittlich viele männlich, zwischen 530 und 40 und interessieren sich fürs Autofahren, Hausnummer, dann wird da ähnliche Personen raussuchen. Das ist eine Art sozusagen automatisiert oder teilautomatisiert zu targeten. Eine zweite und da gibt es diverse Tools, die das auch automatisiert übernehmen. Sie können, so wie wir uns das jetzt anschauen, können Sie diese Kampagne natürlich händisch hier managen, indem Sie sie in dem Fall jetzt im Facebook Business Manager anlegen und konfigurieren. Sie können aber zusätzlich auch externe Tools verwenden. Da gibt es eine Reihe von Anbietern, die sind im Normalfall kostenpflichtig und da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze dazu. Manche davon, manche versuchen aktuelle Trends automatisch auszuwerten, anderen übergeben sie bestimmte Daten und die automatisieren dann das Targeting. Aber ja, da gibt es auf jeden Fall unterschiedliche Möglichkeiten. Diese automatisierte Zielgruppenerstellung lohnt sich unter Anführungszeichen aber in den meisten Fällen nur ab einer gewissen Budgethöhe, weil diese Systeme damit sie gut funktionieren zum einen über einen längeren Zeitraum laufen müssen und zum anderen auch sehr viele automatisierte Split- oder AP-Tests durchführen. Ja, Veganismus typisch erste Welt da kommt ja, das kann man schon durchaus so sehen. Ja, es gibt es gibt zu allem immer zwei Seiten wie ich bin kein Veganer aber ich persönlich habe meinen Fleischkonsum drastisch reduziert in den letzten Jahren das hat aber eher mit Tieren zu tun als sonst was aber das muss sowieso jeder individuell entscheiden. Was ich Ihnen aber noch als Nachtrag zeigen wollte so auf die Seite nehmen hier vom letzten Mal das haben wir uns nicht angeschaut es gibt hier auch den Menüpunkt Browser ein wenig verkleinern damit ich hier runter scrollt so den Menüpunkt Platzierungen also wir sind jetzt hier wir sind jetzt hier immer noch im Facebook Business Manager und wie auch schon erwähnt Facebook ist ja ein ganzes Ökosystem gehört nicht nur Facebook dazu sondern auch Instagram aber auch WhatsApp und alle diese Werbeplatzierungen verwaltet man über dasselbe Tool und ich wollte Ihnen hier nochmal zeigen wenn man auf manuelle Platzierungen geht da haben Sie hier mal grundsätzlich die Auswahl zwischen eben Facebook Instagram Audience Network und dem Facebook Messenger das Audience Network ist eine Liste von Kooperationspartnern von Seiten wenn Sie so wollen Drittwebseiten Drittservices auch viele Apps die ihre Werbung über Facebook einbinden und wenn wir uns da jetzt nochmal genauer ansehen dann haben Sie hier Feeds jeweils aufgeteilt auf die unterschiedlichen Plattformen zum einen den Facebook News Feed den Instagram Feed natürlich Facebook Marketplace der im deutschsprachigen Raum keine so große Rolle spielt Facebook Video Feeds rechte Spalte auf Facebook sind diese Werbeanzeigen die in manchen Stellen in einer schmalen rechten Spalte angezeigt werden Instagram Explorer Instagram Shop Messenger Postfach Facebook Gruppen Feed dann gibt es neben diesen klassischen Platzierungen natürlich auch die diversen Stories und Reels gerade auf Instagram hat sich ja eigentlich ziemlich konsequent in den letzten 3-4 Jahren ein großer Teil der Aktivität in die Stories verlagert zur Erinnerung kann man sich kaum mehr vorstellen am Anfang waren die Stories eine ganze Weile sogar ein völlig werbefreies Format also auch hier die Auswahl zwischen Instagram Stories spielen hier natürlich die größte Rolle Facebook Stories waren da nie so populär es gibt auch Messenger Stories und natürlich Instagram Reels und Facebook Reels und dann gibt es hier noch die In-Stream Platzierungen also klassische Unterbrecherwerbung in Videos logischerweise nur dann auswählbar wenn sie auch entsprechend ein Video als Werbesuchee schalten Facebook Overlay Ads in Reels und dann gibt es auch noch in den Suchergebnissen Werbeplatzierungen sowie die Möglichkeit gesponserte Nachrichten über den Messenger zu verschicken Facebook Artikel auch ein Format das eine sehr untergeordnete Rolle spielt und Apps und Websites und da sind wir eben hier genau bei diesem Audience Network also Third Party Anbieter die Facebook eben auch sozusagen verwaltet oder mitverkauft ja das noch als Ergänzung zum letzten Mal ja da die Veganismus Diskussion und die Ernährung das ist schwierig was ich sage ich möchte nicht ich möchte nicht so sehr vom Thema abdriften aber persönlich diese was den Ressourceneinsatz angeht natürlich natürlich ist tierische Ernährung und da wesentlich mehr Energieeinsatz herzustellen aber wir dürfen nicht vergessen dass wir immer noch zumindest in unserem Teil der Welt unfassbar viele Lebensmittel wegwerfen das finde ich persönlich eigentlich fast noch trauriger aber wie gesagt das wäre eigentlich eine ein klassisches Thema für eine Ringvorlesung oder eine Vorlesung vom Ethikinstitut der Philosophie mit Ökonomie und Ernährungswissenschaften gemeinsam da könnte man sehr viel sagen zu diesem Thema ja und damit kratze ich jetzt die Kurve zu einem weiteren Werbeformat kann man nicht sagen zu einem weiteren Kosmos Mikrokosmos ja gar nicht mehr so Mikro mittlerweile der Social Media Werbung nämlich Influencer Werbung ich habe vorhin schon erwähnt wir haben als Vorteil zumindest auf jeden Fall aus der Sicht des Werbetreibenden diese Platzierung als Native Advertising im normalen Feed dort wo sich die Aktivität abspielt Influencer Werbung wenn man so will treibt das Ganze noch einen Schritt weiter der entscheidende Unterschied ist ja dass bei der klassischen Werbung so Art von Social Media Kampagnen über die wir bisher immer gesprochen haben das Unternehmen der Werbetreibende als Absender aufscheint so jetzt technisch gesehen auf Facebook beispielsweise als Page so zu früh umschalten gehen wir noch mal auf schauen wir uns noch mal das Ganze im Newsfeed an wie stellt sich das da wir haben eben in dem Fall jetzt am Desktop aber das Prinzip dass dasselbe wir haben da diese gesponserten Beiträge und hier in dem Fall Vimeo als Absender sehr deutlich erkennbar Native Advertising wären jetzt Beiträge die von im Fall von Facebook privaten Nutzerinnen oder Instagram geteilt werden die formal jetzt von der Plattform her natürlich nicht als Werbung als gesponsert gekennzeichnet sind weil sich teilweise auch ändert und viele Plattformen jetzt auch Funktionen dafür eingebaut haben und die grundsätzlich sozusagen und das ist ein ganz entscheidender Punkt am Influencer Marketing sehr nahe im Normalfall am persönlichen Stil der Autorin oder des Autors liegen der Grund im Hintergrund die Entwicklung die dazu geführt hat dass Influencer Marketing zuerst im B2C also im Business to Consumer und mittlerweile auch im B2B im Business to Business Bereich eine sehr sehr große Rolle spielt die hat damit zu tun wie sich die Entwicklung von Vertrauen verlagert hat in den letzten Jahren wenn Sie überlegen wie Konsumentscheidungen entstehen in der einen oder anderen Form ist immer Vertrauen Grundlage für Kaufentscheidungen je höher die Summe desto wichtiger dieser Faktor wenn Sie sich ein hochpreisiges Elektrofahrrad zulegen dann werden Sie vermutlich sehr sehr gut und recht lange recherchieren und in der Informationsbeschaffung und da sind wir jetzt im digitalen Bereich der spielt ja bekanntlich eine nicht unbeträchtliche Rolle darin mittlerweile gibt es verschiedene Touchpoints das kommt dieser Begriff kommt aus der sogenannten Customer Experience Theorie und das heißt wenn eine Kundin oder ein Kunde auf dem Weg von dem Wagen Gedanken Elektrofahrrad könnte eigentlich für mich ganz interessant sein bis zu dem Punkt wo er oder sie dann das Paket oder das zusammengebaute Fahrrad im Shop entgegennimmt oder geschickt bekommt da ist ein Weg dazwischen und dieser Weg hat mehrere Stationen wie gesagt natürlich gibt es impulsive Kaufentscheidungen aber gerade bei bei größeren Entscheidungen recherchiert man eine ganze Weile und dann ist eben die Frage wenn ich es gibt unterschiedliche Möglichkeiten naheliegend wäre natürlich mal nach so etwas wie E-Bike Tests oder aktuelle E-Bike Angebote auf Google zu suchen und da werden Sie wenn Sie das machen sehr schnell einmal zu den einschlägigen Testseiten kommen und je nachdem eben auch zu Blogbeiträgen Magazinbeiträgen Tests und so weiter und die Frage ist natürlich immer und wir sind ja alle nicht blöd und haben in den letzten Jahren doch eine gewisse Grundmedial Literacy erworben wer ist der Absender dieser Information handelt sich es dabei um ganz klar kommerzielle werblich orientierte Kommunikation ist es ein Prospekt handelt sich es um einen objektiven redaktionellen Test ich sage einmal Influencer Marketing ist auf diesem Spektrum oft relativ schwierig einordnenbar ja es gibt das habe ich das letzte Mal auch bereits erwähnt auch im Influencer Bereich nicht zuletzt nach einigen Gerichtsentscheidungen ganz klare Richtlinien dass Postings die einen kommerziellen Hintergrund besitzen für die also jemand zahlt und das spielt jetzt einmal eine sekundäre Rolle ob es dabei um monetäre Leistungen geht oder auch um Sachleistungen oder Produkte die zur Verfügung gestellt werden solche Postings müssen also gekennzeichnet werden das ändert aber jetzt grundsätzlich nichts dran auch wenn dort dann der Hashtag Werbung oder Advertising oder was auch immer dabei steht dass der Großteil der Konsumentinnen diese Inhalte trotzdem für glaubwürdig erhalten das kann man natürlich selbstverständlich nicht alle Influencer über einen Kamm scheren aber ein ganz wichtiger Faktor ist dabei als wie authentisch diese Personen von ihrer Zielgruppe erlebt werden und das hat natürlich auch sehr viel mit den jeweiligen kulturellen Werten und Normen zu tun und ich falle den Nachnamen nie ein die deutsche YouTuberin die Bibi sehr erfolgreich macht die meisten über 20-Jährigen sehr nervös beim Video anschauen funktioniert in ihrer Zielgruppe aber sehr sehr gut und genießt dort eine hohe Glaubwürdigkeit man neigt schnell mal dazu Teenager auszulachen beziehungsweise hörte ich zumindest vielleicht kennen Sie das auch aus Ihrem Umfeld in den letzten Jahren schon sehr viel Kritik daran wie kritiklos eben vor allem junge Personen quasi alles wiederkäuen was ihnen ihre Influencer Role Models so wiedergeben ich halte diese Kritik für verfehlt und zu kurz gegriffen weil tatsächlich das Influencer Marketing in allen Bereichen mittlerweile eine große Rolle spielt wenn wir über den wenn wir den Begriff Influencer in den Mund nehmen dann denken wir natürlich zuerst einmal an die großen Channels ein PewDiePie der mit seinen Playalong Videos und unter Millionen Publikum ein paar Maler Reif und so weiter die sowohl auf YouTube als auch auf Instagram sehr sehr viele Follower hat und natürlich wenn man sich das Ganze quantitativ anschaut verteilt sich in Deutschland gibt es das Erspannen der Auswertungen dazu tatsächlich ein beträchtlicher Teil der Social Media Visibility und Social Media Zeit Nutzungszeit auf einen relativ kleinen Prozentsatz von sehr populären Channels es gibt aber dazwischen eine ganze Flut oder eine ganze Armada von Mikroinfluencern und das hängt immer sehr davon ab für welche Themen man sich ganz besonders interessiert und wird auch sehr spezifisch sage ich mal mit den einzelnen Hobbys Elektrofahrrad ist da durchaus ein ganz gutes Beispiel wenn sie es vielleicht schon länger sich mit dem Gedanken tragen ein Elektrofahrrad zur Erweiterung ihres Mobilitätsarsenals anzuschaffen dann werden sie aufmerksamer reagieren auf einschlägige Beiträge und Berichte und wie gesagt vielleicht irgendwann auch mal selber zu recherchieren beginnen wenn sie bereits seit fünf Jahren auf einem Elektrofahrrad unterwegs sind und einer der Early Adopter waren die schon drei Akkusätze verbraucht haben mittlerweile und sie überlegen sich jetzt eine Neuanschaffung wissen sie schon viel mehr über das Thema und für sie werden sehr viel spezifischere Informationen interessant sein und sie werden auch dementsprechend andere Suchbegriffe verwenden vielleicht genauer recherchieren oder möglicherweise auch schon Personen oder Influencern folgen in diesem Bereich das heißt sie suchen dann eigentlich Informationen die wesentlich tiefer gehen und die dann auch sehr viel mit der Kompetenz des Autors oder der Autorin zu tun haben und das ist ein Bereich den ich sowohl in meinem persönlichen Rechercheverhalten als auch wenn ich es so beobachte wo ich finde dass der oft vollkommen falsch beurteilt oder einsortiert wird natürlich gibt es und das noch nebenbei erwähnt ich weiß nicht ob das mittlerweile noch erscheint ich habe das letzte Mal aber ich habe es gesehen vor zwei Jahren es gab in Großbritannien es ist momentan der Markt für Printtitel für Printmagazine im Punkt nicht gerade gab es ein Magazin namens Team Boss Zielgruppe Teenager die Influencer werden wollten das war eine Weile lang das erfolgreichste Jugendmagazin quasi die neue Bravo in Großbritannien und natürlich denken sich dann viele ich muss schnell Follower sammeln und dann halt möglichst attraktive Kampagnen Partner oder Werbekunden finden das was erfolgreiche Influencer ausmacht ist natürlich Authentizität und zwar die von der Zielgruppe empfundene Authentizität und das ist ein sehr großer Unterschied natürlich welche Faktoren da in erster Linie eine Rolle spielen ob es sich um quasi Influencer handelt die eher Teenager in einer Identitätsfindungsphase als Fans haben ob es sich um DIY Kanäle handelt es gibt dann Kanadier und drei Amerikaner die fantastische Woodwork Videos machen wo ich mich jedes Mal freue wenn ein neues rauskommt und die Sache ist halt die wenn die irgendein neues Werkzeug haben und vorstellen und total begeistert davon sind dann sagen die eh in den meisten Fällen kriegen sie es eh geschickt wenn es größere Channels sind von den Herstellern und natürlich beeinflusst Mietes beträchtlich mehr als eine Fernseherwerbung die Frage ist dann sozusagen und das ist natürlich eine sehr persönliche Entscheidung glaube ich dieser jeweiligen Person dass die da objektiv berichtet und halt vielleicht zufällig noch ein Geld dazu kriegt oder denke ich eher na der sagt jetzt das Teil ist super und das ist eben etwas das ich normalerweise nicht anhand einer Interaktion entscheidet sondern solchen Influencern folgt mir ja über einen längeren Zeitraum ist ein komplexes Thema aber wir sehen eigentlich in jedem Bereich und auch wenn sie an die großen Marken der letzten Jahre denken ob das jetzt Google ist oder Tesla dann muss Elon Musk nicht mögen aber das sind nämlich immer Marken die nie als Brands allein funktionieren sondern immer in Kombination mit Personen aufgebaut wurden und man sieht auch wenn man das vergleicht sozusagen in allen Untersuchungen in der jüngeren Zeit über Konsumverhalten es gibt einen gewaltigen Shift Verlagerung des Vertrauens von Brands hin zu Personen das ist meiner Meinung nach sehr viel zu tun mit Influencer Marketing und was bedeutet das Ganze aber jetzt aus ökonomischer Sicht als Werbetreibender und das Thema hatten wir ja vorhin gerade schon ist es ihr Interesse mit einem bestimmten Budget möglichst effizient zielgenau ihre Zielgruppe zu erreichen weil Social Media Kampagnen machen wir das im Wesentlichen über das Targeting bei Influencer Kooperation oder beim Influencer Marketing ist es ihre Aufgabe als Werbetreibender nicht eben zu targeten sondern die richtigen Influencer herauszusuchen nämlich die Personen die bereits eine Community mit hoffentlich sehr hoher Affinität zu ihrem Produkt haben die Auswahl dieser Influencer kann für Außenstehende relativ kompliziert sein natürlich weil Influencer Marketing so attraktiv ist und weil viele Werbekunden bereit sind zumindest mal testweise Budget in Instagram Accounts mit mehr als einer Million Follower zu investieren haben natürlich in den letzten Jahren sehr viele ist fast geneigt zu sagen Glücksritter versucht mit durchaus dubiosen Methoden zu hohen Zahlen zu kommen Sie kennen vielleicht eine der gängigen davon diese sogenannten Follower Marktplätze mittlerweile ein wenig zu Recht in Verruf geraten und auch nicht mehr sehr populär aber eine Zeit lang war es sehr sehr üblich sich auf bei einschlägigen Dienstleistern Instagram vor allem Instagram aber auch Facebook oder andere Follower zu kaufen wie funktioniert das im Wesentlichen stehen da Unternehmen dahinter die automatisiert Accounts generieren und die dann verwenden also sozusagen tote Boots es gibt aber auch Marktplätze wo man einfach automatisch die eigenen Accounts sozusagen zur Verfügung stellt um anderen zu folgen und dafür kriegt man selber Follower egal in welcher Form das implementiert ist es führt halt immer dazu dass man dann Accounts hat mit recht hohen Follower aber sehr wenig Interaktionszahlen und nachdem Influencer Marketing mittlerweile ja tatsächlich ein wirtschaftlich sehr relevanter Bereich ist gibt es sogar eine neue Kategorie oder eine neue Gruppe von Dienstleistern die sich darauf spezialisiert haben für Werbetreibende solche Accounts auszuwerten und zu schauen wie seriös sind die du glaubt wohl der bekannteste Anbieter in diesem Bereich ist Social Blade gibt es schon relativ lang wie funktioniert das Ganze man gibt da einen Nutzernamen ein schauen wir mal wie viele Follower ich gekauft habe in der Vergangenheit und dieses Tool zieht uns dann so ein paar grundlegende Daten raus und man kann dann schauen und dann nochmal tiefer reinklickt das ist jetzt mein Twitter Account in dem Fall da sehen Sie jetzt sozusagen wie viele Follower hat er lange immer reingeschaut keine Ahnung ist es über 10.000 man wundert sich wie vielen Personen folgt man und dann ist aber interessant sozusagen Sie sehen da einen grundlegenden zeitlichen Verlauf die wöchentlichen Follower die Tweets wie man im Durchschnitt postet pro Woche und so weiter wir haben da jetzt die es gibt noch detailliertere Auflistungen außerdem beurteilt Social Blade nach dem amerikanischen Notensystem den Account dann ich kriege da AC Plus was erstaunlich ist weil ich glaube ich habe schon seit Monaten nichts mehr getweetet und jetzt hat Elon Musk auch noch Twitter gekauft auch keine Lust mehr dazu wie auch immer Aktivität ist da natürlich eben auch wichtig aber was da vor allem interessant ist was man bei solchen Tools auf einen Blick sieht wir haben jetzt die Gratis-Version in der bezahlten Version können Sie auch sehr viel längere Zeiträume analysieren ist da zum Beispiel gibt es im zeitlichen Verlauf damals nur die letzte Woche über einen längeren Zeitraum solche Spikes also bei Instagram-Accounts sieht man das halt oft der hat 50.000 Follower und kriegt jede Woche 500 neue dazu und dann gibt es mal so eine Woche oder einen Tag wo 100.000 auf einen Schlag kommen und das kann absolut legitime Gründe haben ich war mal mit der von mir sehr geschätzten Lady Venom eine der glaube ich erfolgreichsten österreichischen Reise-Influencerinnen Reise-Bloggerinnen und Instagrammerinnen auf einer Konferenz und da hat dann jemand ihr so einen Social Blade-Auswertung unter die Nase gehalten weil sie sich immer sehr stark positioniert hat eben gegen Manipulation Follower kauft ja aber das sieht man bei dir du hast das ja auch gemacht da in der Woche du hast plötzlich so und so viel Prozent mehr Follower gehabt und die Marion war da natürlich nicht sehr erfreut drüber und konnte das aber auch sehr gut erklären es gibt es mittlerweile nicht mehr früher mal hatte Instagram so ich glaube länderspezifisch waren die empfohlenen Nutzer so eine Auswahl der Instagram-Redaktion quasi und wenn man da dringestanden ist auf der Startseite dann hat man natürlich sehr viele Follower gekriegt nachdem die Marion sehr früh begonnen hat und auch auf Englisch wie sagt man geinstagrammt hat wurde ihr Account einmal ausgewählt und es war eben genau die Woche also wie gesagt man muss dann schon immer genauer nachfragen aber die zweite Sache die uns solche Tools verraten ist natürlich wie schaut es aus mit der gerade auf Instagram eine ganz ganz wichtige Kennzahl mit der Rate von Followern zu Interaktionen das ist natürlich sehr sehr aussagekräftig wenn ein Instagram-Account keine Ahnung 500.000 Follower hat und man sieht auf den letzten 10 Postings gibt es jeweils keinen Kommentar und so gut wie keine Aktivität manche Unternehmen prüfen ihre potenziellen Influencer-Partner selbst und andere arbeiten mit Agenturen zusammen es gibt mittlerweile in Österreich in Wien vom Adel in Deutschland einige Agenturen die sich eben darauf spezialisieren Influencer zu identifizieren und den Kontakt sozusagen zwischen Unternehmen und Influencern herzustellen wenn man so will eine neue Art von Media Agenturen hat natürlich auch sehr viel damit zu tun dass man qualitativ arbeiten möchte eine andere Sache die Influencer-Kooperationen sehr häufig von typischen Werbekampagnen unterscheidet manchmal die Art von Kampagnen sieht man zwar immer wieder mal manchmal kommt es natürlich schon vor dass ein Werbetreibender schlichtweg 10 Inhaberinnen und Inhaber von großen Instagram-Accounts dafür bezahlt dass sie irgendwann mal sein Produkt herzeigen gab es in der Vergangenheit einige Kampagnen von bekannten Marken die für sehr viel Spott und Häme sorgten weil ich teilweise halt eine Waschmittelflasche mit sehr passenden Kontexten irgendwo im Fitnessstudio in die Höhe halte das Waschmittel ist so toll weil mein Trainingsshirt das immer so super weich wenn ich es damit wasch wenig elegant in den meisten Fällen zieht Influencer-Werbung nicht darauf ab dass ein Unternehmen einmalig jemanden bezahlt damit er wie gesagt mit dem Produkt in die Kamera wedelt sondern es geht halt sehr häufig um langfristige Kooperationen ob das YouTuber sind wenn man sich die erfolgreichen oder die großen deutschen YouTuber ansieht die leben natürlich zum einen das ist aber meistens die wesentlich geringere Einkommensquelle von dieser Werbung die YouTube selber einspielt wenn man den Kanal monetarisiert aber zum anderen auch von Influencer-Kooperationen da ist es halt sehr häufig oder den meisten so dass die langfristige Werbepartner haben da gibt es dann manchmal ein Insert oder sie sprechen das auch nochmal an im Video und die Idee ist sozusagen langfristige Beeinflussungen in dieser Community zu erreichen was ein Aspekt den ich persönlich daran sehr sehr spannend finde auch strategisch aus Unternehmenssicht die wir hatten das Thema schon vorher mal wir haben in jedem Bereich gerade dort wo es um neue innovative Services und Produkte geht so diese typische belgische Glockenkurvenverteilung das Wissen Glockenkurve schaut so aus es gibt vorne die Early Adopter oder Influencer also die Personen die Produkte sehr sehr früh benutzen und dann im Hauptteil der Glocke in diesem bauchigen Teil da ist der Mainstream der Gesellschaft und dann gibt es hinten die sogenannten Laggards oder die Personen die sehr spät dran sind unterschiedliche oder neue Technologien verteilen sich immer anhand dieser Kurve die ersten paar Personen die vor wie lange ist das jetzt mittlerweile her 30 Jahren teure klobige Handys in ihr Auto einbauen haben lassen die waren ein bisschen Nerds jemand der mittlerweile kein Smartphone besitzt das entweder bewusster ihre Mieter oder es ist schon ein bisschen eigenartig 3D Drucker sind noch wesentlich weiter vorne jetzt ist es so nicht nur im Digitalmarketing aber gerade auch im digitalen Word of Mouth Marketing dass natürlich die Mainstream die Mainstream Nutzer bevor die ein Produkt verwenden und da sind wir wieder bei dieser Frage von vorhin werden die und daher kommt ja auch der Name sehr häufig von Early Adoptern beeinflusst ein sehr spannender Zusammenhang ist das und ich glaube das ist vollkommen einsichtig dass natürlich in sehr vielen Fällen gerade diese Influencer Betreiber von erfolgreichen Channels selbstverständlich Early Adopter sind Neuigkeitswert ist immer interessant denken Sie an jemanden wie PewDiePie der kriegt natürlich von sehr vielen Spieleherstellern exklusive Demos vorab und so weiter da sieht man das zuerst das sorgt natürlich für eine schnellere Verbreitung in den Mainstream und das heißt und das ist auch etwas das man im Influencer Marketing glaube ich sehr gut bedenken muss es wäre viel zu kurz gegriffen wenn man nur auf die quantitativen Aspekte abstellt und jetzt irgendwie sagt ich habe da meine drei Instagram Accounts die haben jeder ein Million Follower und die kaufen oder drei Millionen Follower ein der entscheidende Punkt ist dass sie bei gut gepflegten thematisch positionierten Accounts eben nicht nur eine Zahl einkaufen sondern im Normalfall eine recht aktive Community mit einem hohen Anteil von Early Adoptern und das kann halt in vielen Fällen ein wesentlich interessanterer Marktzugang sein wenn es um ganz neue Produkte und Services geht dann werden sie im Übrigen sich auch schwer tun beispielsweise mit den typischen Facebook Targeting Methoden zu arbeiten warum? weil es man nur über indirekte Hypothesen arbeiten kann und diese Produkte oder Services so neu sind dass man gar nicht genug Personen findet oder dass die gar nicht als Interessen oder Produkte überhaupt vorhanden sind also in diesen Bereichen sind Influencer Kooperationen natürlich sehr sehr spannend die Glaubwürdigkeit betrifft nicht unbedingt was den Budgeteinsatz betrifft also Influencer Marketing ist denke ich nicht billiger als andere Werbeformen das ist mittlerweile auch ein sehr sehr etabliertes Format und wie gesagt der Preis ist allerdings weit individueller als als es üblicherweise der Fall ist weil ja wie gesagt die Positionierung des Accounts sind sehr viele Follower aber eher im Mainstream ist es eine sehr spitze thematische Community eine große Rolle spielt dabei das heißt auch für Unternehmen die sich überlegen wie kann ich mein gesamtes Marketing Budget oder mein digitales Social Media Marketing Budget sinnvoll einsetzen da wird es in den wenigsten Fällen ein entweder oder sein sondern man muss sich überlegen was ist das Ziel meiner Kampagne auf welchem Weg kann ich meine Ziele meine Kunden besser und effizienter erreichen und in sehr vielen Fällen wird man natürlich auch und das ist ja auch das was man in der Kampagnen Realität aktuell sehr häufig sieht beide Methoden kombinieren oder auch in einen zeitlichen Phasen Ablauf bringen Kylie Jenner ist da ein hervorragendes Beispiel dazu die ist ja auch ein nicht nur nicht nur die Kylie sondern alle alle aktiven Kardashians sind ja Genies im Up und Cross Selling riesengroße Einflüsse auf Meinung und Konsum Gewohnheiten ich glaube wenn die irgendeinen bisher unbekannten Shoe Brand oder was auch immer schal egal einmal trägt auf irgendeiner Veranstaltung dann sind die am nächsten Tag ausverkauft das ist das ist großer Einfluss keine Frage Hampi Dampi stellt eine sehr interessante Frage wäre eine Kooperation mit Influencern erst in der Reife oder Sättigungsphase eines Produkts sinnvoll quasi als Versuch das Produkt länger Markt zu halten meiner Meinung nach nicht meiner Meinung nach es gibt unterschiedliche Influencer Kanäle natürlich aber ich glaube dass Influencer Marketing vor allem aufgrund dieser starken Early Adopter Affinität vor allem in der Frühphase von Produkten sehr sehr spannend ist Makro Mikro Influenza eine Sache die man in dem Zusammenhang auch noch erwähnen muss und da sind wir beim Thema Essen und Ernährung glaube ich sieht man das sehr sehr gut es gibt viele Bereiche wo es sehr sehr spezifisch werden kann wenn ich mich heute mit dem Thema wie kann ich mich gesünder ernähren befassen möchte dann werde ich wahrscheinlich von Informationen erschlagen muss ich mal eine Übersicht zusammenstellen über die verschiedenen Stile von ketogener Ernährung bis Intervallfasten und whatnot und dann überlegen was will ich da tun wenn jetzt Personen die sich mit dieser ich sage mal auf dieser recht allgemeinen Ebene mit diesen Fragen befassen möchten erreichen will werden andere wesentlich breiter angelegte Influenza Kanäle interessanter sein wenn ich selber Supplements aus Algen herstelle kann man irgendein neues ich habe letztens wenig gesehen in 2 Minuten 2 Millionen der das in Österreich produziert irgendein neues Chlorella Produkt und ich möchte sozusagen die Personen erreichen die sich schon lange und sehr intensiv mit der Optimierung der eigenen Essgewohnheiten befassen dann ist möglicherweise eine Kooperation mit einem Instagramer YouTuber mit sehr viel weniger Followern aber einer höheren Affinität zum Thema durchaus sinnvoller das heißt das muss man sich sehr genau anschauen aber letztendlich diese wer hat das oben geschrieben da haben wir so viele Meldungen im Chat war ich auch Nastasia wenn man direkt nur Nutzer erreichen könnte die direkt interessiert sind könnte man viel unnötige Reichweite und Kosten sparen ich glaube wenn es darum ginge überhaupt das zentrale Prinzip oder die Idee oder auch quasi die Attraktivität von Social Media Werbung zusammenzufassen dann könnte man genau diesen Spruch ausdrucken und sich neben den Computer aufhängen Tarnix Dankeschön ich glaube es freut mich immer sehr wenn wir auch mal externe Zuseherinnen und Zuseher haben damit sind wir heute schon fast wieder am Ende der Einheit ich habe allerdings ein paar Statistiken zusammengetragen wie ich bereits erwähnt habe es wird keine Fragen geben wie wie viel Prozent Facebook Nutzer in Frankreich haben 2021 auf eine Werbung geklickt es gibt aber manchmal eben doch Zahlen die jetzt weniger als solche also als pure Zahlen sondern mehr in Kombination ganz interessante Einblicke geben und zwar das ist ein Artikel von Sprout Social ich verlinke Ihnen dann im Moodle aber da gibt es einen Teil über Social Media Consumer Behavior Statistics und der passt so gut zu unserem Influencer Thema heute das sind ganz aktuelle Zahlen zum einen und die haben das zusammengetragen aus unterschiedlichen aktuellen Untersuchungen Consumers are six times more likely to make a purchase from a product page that includes pictures from social media Hint do not neglect UGC also user generated content es ist sechsmal wahrscheinlicher dass Konsumenten ein Produkt kaufen wenn auf der Produktseite Social Media Fotos inkludiert sind sechsmal ist schon ziemlich heftig aber noch spannender für uns social media users overwhelmingly trust other users as their preferred form of Influencer most likely to buy from them based on a product recommendation versus celebrities klar Prominenzfaktor spielt nach wie vor eine Rolle als testimonial und man sieht ja auch immer wieder persönlich kann ich einschätzen wie gut das funktioniert aber an Dieter Bohlen der Werbung für irgendein Pay to Win Handyspiel macht aber im Großen und Ganzen das Vertrauen der Nutzer geht dorthin wo Fachexpertinnen und Fachexperten kommunizieren und klar das ist thematisch unterschiedlich aber letztendlich ob ich Makeup Tutorials mache oder Videos über Motorsteuerungen man kann sich mit jedem Thema in großer Tiefe befassen und sozusagen mit seiner Expertise rausstechen nicht unbedingt mit seiner Prominenz unter bloßen Reichweite sehr gerne man kann über Twitch subscriben beziehungsweise sie finden mich unter Ritchie Bettauer auch auf YouTube da stelle die Videos auch im Anschluss immer online einmal wöchentlich donnerstags ja und ein letztes Faktum Privacy and Data Protection are extremely impactful and important to 52% of Social Media Users das finde ich besonders spannend weil das ist natürlich eine dieser und das wissen Sie als Sozialforscher fast Suggestiv Fragen oder Fragen wo man sozial erwünschte Antworten gibt wenn ich sie jetzt auf der Straße anhalte und ein Mikro unter die Nase halte und ist ihnen Datenschutz wichtig wundert mich ehrlich gesagt dass 48% sagen na das war vollkommen egal Tatsache ist und das haben die letzten Jahre schon gezeigt dass die Attraktivität von Social Media für die meisten Nutzer innen letztendlich doch größer ist als die Angst vor Problemen die durch eben den laxen Umgang mit Datenschutz entstehen könnten mit Social Media Fotos auf Website gemeint genau eingebettete Posts es gibt ja wenn sie jetzt ein Instagram Account haben gibt es diverse Möglichkeiten die Postings darzustellen aber letztendlich glaube ich geht es gar nicht so um die technische Form der Einbindung es wäre vermutlich auch okay wenn man Screenshot macht nur mehr Arbeit sondern drum auch sozusagen zu zeigen es gibt eine Community und es gibt Aktivität rund um das Produkt also auch zu zeigen das sprechen Personen drüber so und damit sind wir am Ende dieser Frühlingseinheit und wir sehen uns wie gewohnt in sieben Tagen wieder wenn ich mir nicht verrechnet hab dann wird das der 12. Mai sein dann weitere Infos zum Gastvortrag und die Übungsaufgabe die Aufzeichnung und auch die Zusammenfassung von letzter Woche folgen in Kürze auf Moodle Danke fürs Live Dabeisein schönen Freitag und dann am Übermorgen schönes Wochenende Ciao